Ich glaube, dass er dich so behandelt, wie ich dich all die Jahre behandelt habe. Dass ich das Gefühl habe, wenn ich dich als meine Tochter anvertraue, dann hat er das Herz auf dem rechten Weg. Jetzt hat sie Angst, ne? Ich hatte Angst. Zurecht. Die Eise dreht. Ich muss auch Furchte gleich hingreifen, mein lieber Harald. Dirty Harry und Anastasia wechseln lieber das Thema, lassen dieses Geheimnis ungelüftet. So gnädig ist MTV mit den Osten.